Hallo, ich bin Ralf Pautitz vom Autohaus Burmeister und möchte euch heute einen Ford Galaxy vorstellen. Bei diesem Auto handelt es sich um einen Diesel, 150 PS mit Automatik. Das Auto ist in Weiß und ist in der Business Ausstattung. Das heißt, das Fahrzeug hat Nebelscheinwerfer, Parkdistanzkontroll vorne. Beim Business auch ähnlich wie beim Titanium ein silbernes Grill. Dieses Fahrzeug steht auf Leichtmetallfelden mit Ganzjahresbereitung. Das Auto ist ausgestattet, elektrische Fensterheber vorne, hinten, spiegelelektrisch verstellbar und hat eine Wärmeschutzverglasung und ab der zweiten Tür ringsherum zusätzlich noch mal eine dunkle Eintönung. Beim Business passend bei diesem weißen Auto schön die schwarzen Akzente, unten die Schweller, die Fenstereinfassung und auch die schwarze Dachreling. Ja, und dann gucken wir uns mal im Heckbereich an. Das ist ja eine Großraumlimousine, wo es darum geht, zum Beispiel für Gewerbe oder auch für Familien eine hohe Funktionalität mitzubringen. Im Gegensatz zum S-Max ist das Heck relativ gerade, um dementsprechend auch im Kofferraumbereich mehr Volumen zu finden. Dieses Auto hat zusätzlich eine Rückfahrkamera, Parkdistanzkontroll auch hinten und verfügt über eine elektrische Heckklappe, wenn sie dann mal mitspielt. Ja, richtig drücken und dann funktioniert das auch. Ja, jetzt gucken wir rein in den Laderaum. Die Gepäckraumabdeckung kann entfernt werden, wenn ich dann dementsprechend dort den Laderaum vergrößern möchte. Ich habe die Möglichkeit, von hier elektrisch die Sitze umzuklappen, um den Laderaum zu vergrößern. Und so wie wir erkennen können, haben wir eine durchgehend glatte Fläche. Dieses Auto ist als sieben Sitze ausgestattet. Das heißt, versenkt haben wir hier noch zwei Sitze im hinteren Bereich und nochmal Möglichkeiten, diverse Dinge hier im Kofferraum sauber und ordentlich unterzubringen. Ja, jetzt schauen wir uns mal den Innenraum vom Fahrzeug an. Auch da gibt es noch einige Dinge, die interessant sind zu wissen. Kommt mal mit, wir schauen uns das mal an. Ja, wir sind jetzt im Innenraum von diesem Ford Galaxy. Das Auto ist ausgerüstet mit einem Lederlenkrad. Die Schaltpippen befinden sich hier, um auch das Automatikgetriebe manuell bedienen zu können. Lenksäule ist in zwei Ebenen einstellbar und wir haben hier auch die gesamte Bedienung für den Bordcomputer, fürs Radio, für die Freisprecheinrichtung oder die Geschwindigkeitsregelanlage. Beim Lichtschalter ist zu erwähnen, das Auto ist mit einem Tag-Nacht-Sensor ausgerüstet. Spiegel, hatten wir gesagt, sind elektrisch verstellbar. Da dieses Auto mit einem Winterpaket ausgestattet ist, sind diese auch beheizbar. Wir haben zusätzlich dann auch die beiden Sitze vorne beheizbar. Eine beheizbare Frontscheibe, praktisch im Winter. Das Fahrzeug hat einen automatisch abblendbaren Innenspiegel-Regensensor. Da das Fahrzeug mit Parkdistanzkontrolle vorne und hinten ausgestattet ist, hat es auch die selbst lenkenden Systeme, um dann dementsprechend auch in Längs- und Querparklücken selbstständig einzuparken. Wir haben hier vorne in der Mittelkonsole schön den Monitor. Darüber läuft das Navigationssystem bzw. dann auch als Bildschirm die Rückfahrkamera. Wir haben die Möglichkeit hier manuell die Klimaanlage zu bedienen, können wir aber auch über den Touch-Bildschirm machen. Das Fahrzeug verfügt über reichlich Ablagen. Hier im Bereich der Front, großes Handschuhfach, Brillenablage und dann gibt es hier noch so einen kleinen süßen Spiegel zusätzlich, so dass ich meine Kitties hinten auch beobachten kann aus dem Augenwinkel, damit die hinten keinen Unsinn treiben. Wir verfügen natürlich hier bei diesem Auto auch über eine elektrische Kindersicherung für die Türen und für die Fenster, damit die gehören nicht bei 120 Meinen aussteigen zu müssen. Ja, Ablagen hier im Bereich des Mitteltunnels, Mittelarmlehner, auch mit großzügigen Fächern. Ja, mir bleibt eigentlich nur zu sagen, wer Interesse findet an einem, wenn Dieselautomatik, ist herzlich eingeladen, sich bei uns dieses Auto bei einer Probefahrt vorzunehmen, selber kennenzulernen, auszuprobieren und insofern es Fragen gibt, sind wir natürlich gerne bereit, diese zu beantworten. Wir helfen gerne weiter, zum Beispiel auch beim Bereich Finanzierung etc. pp. Ja, uns wird es freuen, euch hier bei uns begrüßen zu dürfen. Bis dann. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.